Hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zurück in unserer schönen Tasting-Lounge hier im Feingeist in Membris. Ich habe es wieder geschafft. Ich habe euch den Dirk mal wieder vor die Kamera gezogen. Freut mich immer sehr. Ich denke, du bist auch nicht ganz unglücklich, mal wieder dabei zu sein. Nein, natürlich. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin. Hallo an euch. Genau. Heute fiel uns, glaube ich, die Wahl sehr schnell, sehr einfach, was wir heute machen. Wir haben sie hier noch ein bisschen versteckt, verpackt, aber ihr könnt natürlich lesen, was draufsteht. Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr uns verfolgt, gesehen, wir haben unsere Auswahl an Samples deutlich vergrößert, einen komplett neuen Schrank dazu bekommen und natürlich entsprechend auch nicht nur die gleichen nochmal aufgefüllt, sondern natürlich auch mehr Auswahl. Und einer davon war eben, was haben wir da, Crown Royal? Crown Royal, ja. Genau. Ich denke, es wird so ausgesprochen. Ich denke auch, und zwar die Black-Variante. Gibt es jetzt auch als Sample bei uns und in der Flasche ist noch ein kleiner Rest. Und da haben wir gesagt, bietet sich doch an, lass uns den probieren, weil ich bin ehrlich, Crown Royal wahrscheinlich schon mal probiert, aber nicht aktiv im Hinterkopf oder nicht wirklich parat. Ich weiß nicht, wie es dir bei dem Thema geht. Doch, in der Tat hatte ich mal welche probiert. Das war zum einen dieser Northern Harvest Rye, der reine Roggen mit 90 Prozent Roggenanteil. Der hat mir durchaus gefallen. Okay. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, dass mir der schon mal über den Weg gelaufen ist. Also der definitiv nicht. Das ist heute Premiere. Genau. Warum ich gesagt habe, es ist gut möglich, dass ich schon mal einen getrunken habe. Wir haben ja vorher auch ein bisschen geguckt, was kann, was macht Crown Royal so. Und da hat sich unsere Vermutung bestätigt. Das ist eben der meistverkaufte Whisky aus Kanada. Ich weiß nicht, ob man es erwähnt hat. Ein kanadisches Produkt. Ja. Also nicht irgendwie USA, nein, Kanada. Ich befreie den mal. Befreie den mal. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze zu Crown Royal sagen. Wir haben ja noch ein, zwei andere Sachen gefunden. Ja. Also ganz charakteristisch ist natürlich dieses Stoffsäckchen. Darf ich nicht rutschen? Natürlich darfst du. Also hier nochmal zu sehen. Schön gestickt sogar, ne? Ja. Also das ist natürlich ganz typisch für diese Marke. Genau. Das ist sonst eher selten, dass der Whisky in einem Stoff ist. Lassen wir das jetzt. Und die charakteristische Flasche. Also die hat, glaub ich, wirklich nur Crown Royal. Ja. Es müssen auch nicht über den Weg gelaufen zumindest. Und ist natürlich eine Marke mit Geschichte, wie Daniel schon gesagt hat. In Kanada sehr, sehr populär. Und wurde, glaub ich, das erste Mal hergestellt. 1939 Anlass war der Besuch des englischen, britischen Königspalers. Genau. Ich versuche das jetzt ein bisschen ehrlich aufzuteilen. Ja. Kriegst du das hin? Ja, ich bin auch zuversichtlich. Ansonsten war wirklich nicht so viel an Details über diesen Whisky herauszufinden. Ja. Also Altersanglabe oder sowas haben wir hier gar nicht. Genau. Verwendete Fässer wissen wir nur. Es wurden für den Black Fässer verwendet, die nochmal deutlich mehr ausgebrannt wurden. Genau. Steht, glaub ich, auch auf der Flasche. Irgendwo haben wir das erste Mal den Hinweis gesehen, dass hier irgendwie nochmal Special Charred oder Extra Charred irgendwie sowas in die Richtung. Wir haben natürlich auch versucht, da noch mehr rauszufinden, aber kriegt man jetzt nicht wirklich mehr Infos. Inwieweit? Leider gar nichts. Aber das ist eben, wie du schon gesagt hast, beim Black die Besonderheit. Ja. Es ist ein Blend. Ein kanalischer Blend. Und was wir da noch ausgefunden haben, verwendet worden sind im Grunde drei Teile oder aus drei Teilen setzt er sich zusammen. Wir haben hier einen Bourbon Style. Bourbon Style ist wichtig, weil ich vermute, dass das auch in Kanada produziert wurde. Also Bourbon wird schwierig, das so zu nennen. Bourbon Style. Ich vermute, hattest du ja auch vorhin schon gesagt, ein Rye-Anteil wahrscheinlich. Ja, genau. Dann eben ein Rye-Anteil. Auch gleich mal haben sie ja auch im Programm die Rye-Geschichten. Und dann war etwas vage formuliert zum Abrunden und Ergänzen milde Whiskys. Ja. Das kann jetzt sehr viel sein. Was immer das sein mag. Das haben wir uns auch gedacht. Genau. Ja. Wollen wir mal schauen, was bei den Blend rausgekommen ist. Eins vielleicht noch. Er ist mit einer etwas höheren Trinkstärke ausgestattet. Er wird zwar mit 45 Prozent Volumen abgefüllt. Genau. Ich habe auch mal geguckt zum Thema Filtration oder so, habe ich nichts gefunden. Also gar nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob von der Farbe her. Ja. Ja. Weiß ich auch nicht so ganz. Auf der Flasche steht auf jeden Fall mal nichts zum Thema Farbstoff. Ja. Gut. Das ist jetzt wirklich hier Ratespielchen. Ja. Er sieht hübsch aus. Also er hat so, was ist denn das? Das ist schon ein bisschen kurzer Bernstein, tiefe Bronze. Ja. Also dunkel auf jeden Fall. Schon schon dunkle Farbe. Aber auf der anderen Seite, wenn die wirklich nochmal ein Fass ganz, ganz frisch ausgetoastet haben, also ausgebrannt haben und verwendet, kommt natürlich dunkle Farbe mit ins Spiel. Ja. Aber ja. Ja gut, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Kanadier das machen. Also in den USA wird ja nicht gefärbt. Ne, in den USA wird nicht gefärbt. Da geht das nicht. Kanada weiß ich es auch nicht. Ne, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall Farbe ist schon mal schön. Ja. Und ich muss auch sagen, er scheint zumindest von der Optik her ein bisschen ölig zu sein. Mhm. Er zieht ein bisschen Schlieren im Glas. Ja. Ja. Okay. Die erste Nase ist entscheidend, glaube ich. Wir riechen mal. Genau. Ja. Gut, er hat jetzt hier für mich schon viel, was auch ein Bourbon erstmal mitbringen würde. Ja. In Form von Süß, in Form von absolut eindeutig diesmal die Vanille. Da ist sie wieder. Ja, genau. Unsere Vanille. Wir haben sie gefunden. Juhu. Nein, aber viel mehr kann ich da auch jetzt nicht identifizieren. Ja. Ja. Eine leichte Süße. Auch Würze. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da viel Holz dabei ist. Ja. Mit viel Fantasie vielleicht noch so ein bisschen was buddrig, Gebäckartiges. So vom Getreide her einfach. Aber ansonsten würde ich da auch sagen. Daniel hat einen Keks gefunden. Ja. Genau. Sowas in die Richtung. Aber ansonsten würde ich auch sagen. Aber nicht negativ. Also für mich nicht. Ich finde es eher ganz im Gegenteil sehr positiv. Ein sehr angenehmes, rundes Ding. Was man ja leider auch oftmals sowas danach sagt. Wo ich schon oft über Bourbon und Konsorten und Bourbon ähnliche gehört habe. Oh, ein bisschen nach Klebstoff habe ich gar nicht. Nee, gar nicht. Also null. Möchte ich dir zustimmen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so viel, was man dann rausriechen kann. Aber es ist absolut angenehm. Ja. Und nicht irgendwie zurückhaltend im Hintergrund, sondern präsent und da. Ja. Also er ist jetzt auch kein Zurückhaltender in der Nase, sage ich mal. Nee. Wir einigen uns auf ein einfach und angenehm. Ja. Einfach angenehm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und rund. Ja. Und wenn, wie du gesagt hast, so ein bisschen die Bourbon-Richtung. Ja. Okay. Genau. Also mehr Daumen rausriechen. Nee, mehr wird schwierig. Ja. Dann würde ich sagen, zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Euch auch. Probieren mal. Hält so ein bisschen von der Art her, was er in der Nase verspricht. Ja. Harmonisch. Rund. Angenehm. Absolut. Ja. Also. Ich finde. Aber jetzt kommt doch ein bisschen mehr Würze dazu. Ich würde auch sagen, so das Holz merkt man jetzt. Ja. Und auch, dass ein Roggenanteil drin ist. Ja. Also dieses Süßgetreidige verbunden mit einer gewissen Würze. Auf jeden Fall. Das merkt man. Ansonsten wiederholt sich das, was man in der Nase hat. Genau. Das kommt dazu. Deutlich spürbar. Mhm. Alkohol finde ich auch sauber. Integriert. Abgebunden. Mhm. Man merkt ihm, dass es eine nicht zu dünne Trinkstärke ist. Merkt man ihm an. Er hat Kraft, sage ich jetzt mal. Ja. Er ist nicht dünn. Überhaupt nicht wässrig. Genau. Ja. Also das steht ihm auch sehr gut, möchte ich mal so behaupten. Aus meiner Sicht. Und auch hier geschmacklich. Echt bin ich auch voll bei dir. Die Würze jetzt das einzige, wo ich jetzt hier auch, wie du gesagt hast, mehr habe, als ich es vom Geruch her hatte, war die Würze. Ja. Ich muss noch mal probieren. Ja. Gute Idee. Ja. Und hat auch für mich eine superschöne, angenehme, cremige Textur auf der Zunge. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Also weißt du was, lieber Daniel? Ja. Der gefällt mir. Ja, mir auch. Ich finde ihn cool. Also das ist, und das erinnert mich jetzt, also diese Verbindung habe ich zu dem Rye. Mhm. Ja. Da passieren jetzt auch nicht so viele Sachen geschmacklich. Ja. Dass das jetzt ein Mörderkomplex wäre und da noch eine Frucht reinschiebt oder so. Ja. Aber das, was er machen will, macht er richtig gut. Macht er richtig gut, ja. Und was mir gefällt, weil ich mag das ja gerne jetzt im Abgang, habe ich so ein bisschen Bitterstoffe noch übrig vom Holz so ein bisschen. Es spitzelt bisschen. Es spitzelt auch ein bisschen. Es spitzelt auch ein bisschen. Finde ich ganz schön. Aber das Ganze jetzt keine Angst haben, wenn die sagen, oh, es ist nicht meins. Es ist nicht extrem. Es ist nicht viel. Es ist nicht oben drüber. Ja. Es ist einfach da. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Zusammen mit der Würze, die wir jetzt doch noch haben. Ja. Ja. Ansonsten süß. Also das ist so echt so auch so ein easy, easy going, angenehmer Trinkwhisky einfach. Richtig. Aber ohne, dass er jetzt irgendwie langweilig wäre oder so. Nee. Gar nicht. Man muss sich halt drauf einlassen. Ja. Das ist das, was er macht. Das macht er sehr gut. Auf jeden Fall. Da habe ich jetzt für mich doch auch wieder was entdeckt. Ja. Fällt mir echt gut. Also das ist so eine, da sage ich nicht nein. Auf keinen Fall. Ja. Nee. Ist auch mal was anderes. Also in der Tat hat er was eigenes. Also das ist jetzt nicht wie ein Bourbon eins zu eins. Nee. Absolut nicht. Es ist auch nicht wie ein Rye. Nee. Sondern er hat schon so beide Elemente. Verbindet ihn. Auf jeden Fall. Also von daher vom Whisky her durchaus interessant. Absolut. Auch wenn er in sich jetzt nicht allzu komplex und vielschichtig ist. Nee. Muss ja auch nicht. Will ich ja auch nicht jeden Tag haben. Ich will ja auch nicht jedes Mal, wenn ich einen Whisky trinke, den kompliziertesten Whisky aller Zeiten im Glas haben. Aber da sind wir auch bei einem schönen Punkt eigentlich angekommen, weil ich sage mal meistverkaufter Whisky aus Kanada. Ich bin mir sicher, ihr kennt oder viele von euch kennen die Sachen auch. Habt vielleicht auch schon mal einen probiert. Was denkt und haltet ihr denn davon? Also ich finde ihn wirklich gut. Also hat mich auch sehr überrascht. Bin jetzt nicht so der größte Bourbon-Style-Rye-Whisky-Trinker überhaupt. Er hat mich überrascht. Weil genau wie du gesagt hast auf dem Punkt, er macht was Eigenes und das was er macht, macht er gut. Er versucht nichts zu sein, was er nicht ist. Also es ist stimmig, es ist rund, es ist angenehm für mich. Gut gemachter Canadian Blend. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wie immer Links, Informationen zur Flasche zu den Samples, die wir jetzt haben, kriegt ihr von uns unter das Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt bald wieder in einem neuen Whisky, äh in einem neuen Whisky-Video. So rum wollte ich sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Ja und probiert ihn ruhig mal. Und wenn euch was dazu einfällt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wir freuen uns. Gute Zeit und bis bald. Ciao.